Hör auf zu warten und fang an, dein Ziel zu erreichen. Es ist Zeit, den inneren Schweinehund zu überwinden und deinen Körper in Form zu bringen. Egal, ob Anfänger oder Profi mit den richtigen Übungen und ein wenig Disziplin, kommst du deinem Traumkörper Schritt für Schritt näher. Dein Sixpack wartet nicht, warum solltest du? Schreib uns jetzt und starte noch heute dein Training. Let's go! Ich will Sixpack hilft dir dabei.